Ja, willkommen zurück zu meinem Armut of Soul 2 Let's Play. Wir sind jetzt mit Mission 4 zu Ende und nun geht es mit 5 weiter. Das war's für heute. Er ist ein interessanter Fahrer St Ayer Fahrräder die dem United States Marine Corps das Geld aus für die fünftige Fahrzeuge ich habe meine Fahrt schon kaputt gefahren Scheiße Höhö Prozent so soll man nicht machen Aufgabe Landezone Oregon erreichen, Klasse da ist die Landezone und wir sind Planquadrat 115 108 wäre da also einfach hier die Straße auch von Klasse ja wir kommen alle Folgen ja Fitness ganz wichtig äh ähm ähm äh 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 wo bin ich nicht da o observe der plane nein äh 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 ä äh er ja, coole Truppe Ich glaube ich bin verletzt Ach komm Hier runterdrafen Oh 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 Disembark Oh 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 Alle Mann Oh 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 Da rein Klar Da war einer auf der Acker mit einer Sprühdose unterwegs oder was Oh 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 Ich lasse ihn. Brandy ist richtig. Du bist ein Teamleiter. Du musst dich aufhören. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich bin immer noch nicht so beschäftigt. Ich weiß nicht. Es ist meine Schuld, wenn etwas falsch geht. Ja, aber sie haben es nicht. Wenn du und dein Mann haben, wir haben Marna. Wir sollten uns gut fühlen. Ja, ich glaube. Danke, Carmen. Ja, und das war Mission 5. Bis gleich mit Mission 6.